Ab und zu kommt Martin Frey zur Justierung. Sitzt die Prothese noch richtig? Funktioniert alles noch? In der G-Schule im Sanitätshaus Langermeier kümmern sich Mitarbeiter um jeden Kunden und passen die Prothesen zum optimalen Sitz an. Die Firma Langermeier beschäftigt sich hauptsächlich mit High-End-Modellen, also intelligente Prothesen, die quasi mitlaufen. Martin Frey hatte einen Motorradunfall. Nach der Entlassung aus einer Klinik hieß es, dass er nie wieder laufen könne. Durch die Fachklinik Enzensberg kam er dann zum Sanitätshaus Langermeier. Die Diagnose war damals wahrscheinlich Rollstuhl, mit dem Stumpf wird das nie funktionieren. Dank der Firma Langermeier in Enzensberg, die haben mich dann so weit gebracht, dass ich eigentlich überall laufen kann, alles wieder machen kann, mobil bin, kann wieder eigentlich alles am Leben teilnehmen wie vorher auch. Im Laden befindet sich auch die Werkstatt. Dort wird an Prothesen gearbeitet. Besonders gefragt sind in letzter Zeit Silikonprothesen, die immer echter aussehen. Außer den High-End-Prothesen gehören in den Acht-Filialen auch viele andere Produkte wie Bequemschuhe, Pflegeprodukte und medizinische Geräte dazu. Wir haben über die klassischen Sanitätshausartikel wie Bandagen, Orthesen, Einlagen, haben wir uns eben auch sehr im Prothesenbereich spezialisiert, wie man ja auch an unserer G-Schule sieht, machen dort auch zweimal im Jahr Optimierungstage zusammen mit der Physiotherapeutin, mit dem Hersteller, um einfach nochmal das Optimum für unsere Kunden in der Versorgung herauszuholen. Dann sind wir auch sehr stark in der Reha, machen dort die klassische Reha-Versorgung, was Rollstühle und Rollatoren betrifft, haben aber auch Scooter im Verkauf. Auch besonders wichtig und seit der Gründung der Firma 1963 Teil des Bestands des Huss. Aber im Sanitätshaus gibt es nicht nur klassische Unterwäsche. Besonders wichtig sind die BHs für Brustprothesenträgerinnen. Eine Brustprothese sieht zum Beispiel so aus. Da gibt es auch verschiedene Prothesenformen. Das ist jetzt mal eine recht natürlich wirkende Leichtprothese, die auch von der Rückseite her absolut hautfreundlich gearbeitet ist. Und da gibt es eben diese speziellen Prothesen-BHs, die auf der Innenseite eine Tasche eingearbeitet haben, wo dann die Prothese hineingeschoben wird. Und dann optimal fixiert ist, nicht verrutschen kann und richtig schön am Körper anliegt und ganz natürlich aussieht. Ob Brustprothese oder Beinprothese, eines ist klar. Die Lebensqualität wird ein Stück weit zurückgegeben. Wie bei Martin Frey. Denn dank der Prothese kann er wieder laufen und sein Leben in vollen Zügen genießen. safeilbar und voran erläutern ist extrem weit weg. Und das ist jetzt eine gute Überstörung der Und das ist ja auch sehr schnell verμεin. Und das ist ja auch sehr sehr wichtig. Und das ist ja auch sehr viel wichtig. Und das ist ja auch so viel mehr. Vielen Dank.